Mein Thema am Faktor auf der Tür wird sein, Krebs trotz guter Lebensqualität, wie kann sowas kommen, weshalb kommst du sowas überhaupt? Und ich glaube, es ist sehr wichtig zu verstehen, dass man mit einer guten Lebensweise, guten Lebensqualität die Wahrscheinlichkeit, dass man Krebs bekommt, sehr wohl eliminieren kann, dass aber letztendlich der Zufall ein sehr großer Faktor ist, ob man letztendlich Krebs bekommt oder nicht. Und ich finde, Krebsforschung ist generell ein sehr entspannendes, ein sehr heiß diskutiertes Feld, vor allem in den letzten Jahren. Und es ist sehr wichtig, dass man eine Krankheit versteht, wie sie funktioniert, wie kommt es zu dieser Krankheit, um sozusagen einen ersten Schritt Richtung Therapie zu machen. Und über dieses Thema würde ich gerne mit jedem, der mich am Tag dann offene Tür besuchen kommt. Und das ist sehr wichtig. 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 Und das ist sehr wichtig.